Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist wirklich sehr aufregend und zwar habe ich die 200 Abos geknackt. Ja und zwar habe ich diese Woche die 200 Abos geknackt und möchte mich dafür auch unbedingt bei der Lea bedanken, denn sie war meine 200. Abonnentin und es ist auf jeden Fall richtig cool von dir, dass du mich abonniert hast. Ich hoffe, meine Videos werden dich nicht enttäuschen. Und willkommen bei mir auf dem Kanal. Und zwar habe ich wirklich lange überlegt, was ich machen soll und kam dann natürlich wie jeder YouTuber auf die Idee, eine Verlosung zu machen. Und ja, habe dann eben lange drumherum überlegt, an wie viele Leute möchte ich verlosen, was möchte ich verlosen, dies, das, ananas und bin dann jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass ich an eine Person etwas verlosen möchte und es ist so richtig cool und richtig viel und auch vieles, was ich selber sehr, sehr mag. Und dann würde ich sagen, ich zeige euch die Sachen, die ihr gewinnen könnt, beziehungsweise die ich an euch verlosen werde. Und danach kommen wir zu den Teilnehmerbedingungen. Als allererstes habe ich diesen süßen Schlüsselanhänger. Das ist ein Bär mit einem pinken Outfit und er hat so eine pinke Tüte und ich finde den echt süß. Und ja, ich habe auch so einen. Also wären mir Zwillinge in dem Sinne. Und ja, den würde ich auf jeden Fall gerne an die eine Person verlosen. Dann als zweites habe ich einen Babylips. Und zwar ist das der Babylips in der Geschmacksrichtung Cherry Me, beziehungsweise in der Farbe Cherry Me. Und ich habe auch ganz viele Babylips und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich auch ein Babylips an euch verlosen möchte. Dann habe ich als nächstes etwas, was mir super gut gefällt und was mir sehr beim Entspannen hilft. Und das ist das Dresdner Essenz Amazonas Bad. Das ist so ein Pflegebad und das macht man dann einfach in die Badewanne. Und es riecht so gut. Oh mein Gott, ich liebe es damit zu baden. Und ja, das würde ich auch gerne an euch verlosen. Dann habe ich noch zwei Beauty-Sachen. Und zwar zum einen das Treppe Moon The Raspberry Kiss Duschgel in der Prübchengröße. Das riecht einfach so unglaublich gut. Und ja. Dann als zweites habe ich noch von Essence The Gel Nail Polish, also die ganz normale Nagellacke. In der Farbe 14 Do You Speak Love. Und das ist so ein richtig schönes Dunkelrot. Und ja, also ich liebe rote Fingernägel, wie man vielleicht sehen kann. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich habe auch ein Dunkelrot. Derzeit trage ich leider Hellrot. Wie unpassend. Und ja, also ein Rot darf auf keinen Fall fehlen. Und es ist eine richtig schöne Farbe. Und ich zeige sie euch jetzt nochmal von nahem. So sieht es circa aus, der Nagellack. Das ist ein richtig schöner Rotton. Und einfach wunderschön. Und den möchte ich natürlich auch an eine Person verlosen, die eventuell die Verlosung gewinnt. Zum Schluss habe ich dann auch noch etwas für die Schleckermäulchen unter euch. Und zwar habe ich von Rittersport die Knusper Tortilla Chips mit Knuspermais Schokolade gekauft. Und zwar, die ist so gut. Oh mein Gott, die ist so gut. Ich habe sie ausprobiert, weil ich sie bei jemandem im Video gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr bei wem. Ich habe sie mir gekauft gehabt, habe sie probiert und dachte so... Himmel. Und ich habe darüber auch mit einer anderen YouTube-Freundin gesprochen. Und zwar mit der lieben Wanni. Und Wanni hat sich die auch gekauft. Und sie sagt auch, die Schokolade ist einfach geil. Deswegen habe ich die euch auch noch mit reingepackt. Und die wird dann auch an euch verlost. Also, wenn ihr Lust habt, die Sachen zu gewinnen, dann solltet ihr bestenfalls natürlich ein Abonnent von mir sein. Und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und hinterlasst mir einen Kommentar, dass ihr an der Verlosung teilnehmen wollt. Beziehungsweise könnt ihr auch einfach irgendwas in den Kommentar reinschreiben. Hauptsache, es ist nett und freundlich. Und ja, wenn ihr noch mögt, könnt ihr auch meinen Social-Media-Seiten folgen. Ich werde die hier mal auflisten. Und ja. Ich werde möglichst versuchen, das Ganze fair zu halten. Aber ich möchte natürlich auch sehr stark hoffen, dass jemand gewinnt, der auch wirklich mich unterstützt. Und nicht einfach nur hier kommentiert, weil er irgendwas gewinnen möchte, irgendwas kostenlos haben will. Deswegen schaue ich schon noch danach. Und ja. Aber im Endeffekt ist alles natürlich fair. Alles ist offen. Jeder kann gewinnen. Jeder kann verlieren. Ja. Auf jeden Fall danke nochmal für 200 Abonnenten. Ich glaube, ich habe das am Anfang gar nicht so rübergebracht. Aber 200. Ich glaube, ich kenne nicht mal 200 Leute. Einfach unfassbar viele. Und danke auf jeden Fall für die ganzen Daumen nach oben. Daumen nach unten auch. Dankeschön. Und die ganzen Kommentare, eure Abos, die ganzen lieben Kommentare auf Twitter, Instagram. Es ist einfach so schön. Ich würde nicht sagen, eine Community, sondern eher so Freunde zu haben, die einen unterstützen und mit denen man einfach dasselbe Hobby hat und es mit ihnen teilen kann. Das ist einfach richtig schön. Und ja, nochmal ein großes Dankeschön an euch. Und dann würde ich mal sagen, schreibt fleißig Kommentare und nehmen wir an meiner Verlosung teilen. Also, bis zum nächsten Video und tschüss.